nicht hier oben das rätsel ist lösung das heißt ich muss mich nur beeilen deshalb wenn ihr die steine droht ich mir den da gleich runter nehme naja das ist natürlich clever ok dann stlocken wir uns jetzt ganz fleißig steine die fertigen lego kopien an und jetzt ist der gute junge wir lassen den oben drauf ist ein paar steine das macht nix wir müssen bekommen bekommen sie kann er nicht schaden naja gut das reicht auch so damit müssen wir nämlich jetzt eigentlich hier rüber kommen hier runter hierhin hier hoch das war der falsche stein und der letzte auf diese position hier und dann geht die reise weiter wenn ich das war aber jetzt schwierig ok der bleibt da oben hängen so ok warum bleibt er da oben hängen ach wegen dem fähnchen ok wenn wir das fähnchen wieder anbringen hier in die mitte vielleicht soll ja am ende gar keine machen vielleicht sollte mir das so nee aber jetzt kann ich gar nicht da dran machen warum geht das nicht da dran hallo warum geht denn das nicht na wenn ich das wegschmeiße ah ok vielleicht so dass es wie bei dem letzten ding alles kopiert wird oder ja genau aber da muss ich schnell sein sonst klappt das nicht ok zack alles klar warte jetzt wieder schnell sein nein das wollte ich gar nicht so warte 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 und jetzt schnell rüber und den stein nehmen gut gucken wir mal ob wir da vielleicht jetzt hier das machen können dass wir das erst mal da oben hinlegen und schauen ob wir da jetzt gegengewichte machen können ja genau ob das schon ausreicht dass der da hoch kommt ach ja 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 okay also da muss man dann wirklich schnell sein oder na weil die kann ich ja dann auch nicht mehr anbringen das ding hier oder ich muss es dann anhalten wenn er zurückfährt das kann natürlich auch sein ok legen wir es erstmal hier oben hin und warten einfach erstmal darauf dass wir den stein bekommen und dann stellen wir den stein da drüben auf das Podest oh jetzt habe ich einen halben ok ok war mein fehler so warte ein ganzer stein nehmen und hier auf das Podest dann der und der schnell nehmen und raus damit und da drauf so und dann holen wir uns noch einen stein ach misst jetzt war ich zu langsam jetzt habe ich nicht richtig hingeguckt so noch einmal stein steine und noch einen ok ok vielleicht müssen wir auch vier stück davon machen und dann auf den stapel stellen es kann ja auch sein dass dann der mechanismus vielleicht stoppt weil der mechanismus ist ganz schön schnell ok also so nicht ich kann ihn aber auch nicht anbringen ich kann ihn aber auch nicht anbringen er muss losfahren ok lassen wir den da ruhig rödeln so hier hin hier hin der kommt dahin der kommt na komm schon steinchen hüpf 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 die steine da wieder wegnehmen nehmen wir mal zwei weg machen den da hin dann kann der rüber hüpfen wir können den hier oben hinlegen da kann er ja nicht hoch springen und dann können wir den einfach nehmen und dann kann er darüber springen und wir sind aus dem level draußen hui tolle sache hä was denn jetzt ok was soll denn das jetzt hin ok der hut hat der den hut auf gehabt hab ich gar nicht geminkt bekommen oje der papa arbeitet immer noch so schöne entspannung zwischendurch also sowas muss man echt haben ich meine von der geschichtserzählung her ist es ja ok gehört dazu weg aaaa ok wir sind nahe dran an unserem vater ok wir können da oben nicht viel machen ok ok wir schauen mal was jetzt passiert ok das drauf das drauf ok der an weiter die platte fährt runter weiter die platte fährt rein so da ja w das do ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020